we made a choice ja hi und willkommen mein name ist daniel p und ich brüße euch zurück zu let's play hong kai star habe ich da gerade angst gemacht ja gut ja wir sind immer noch hier in dem event wir sind immer noch hier voll auf dem weg mit luca dieses turnier zu gewinnen und ich habe gedacht ich tue mal hier hingehen weil wenn ich hier gehe dann sehen wir ja direkt gegen immer kämpfen und machen wir immer noch ein geheimnis draus okay ist ziemlich offensichtlich wer es ist aber wenn man einfach weiter wir gehen hier rein wir müssen mir gegen mister stark arm kämpfen ja kommen wir mal misst röser stark arm ja ich schon danach weiter glaube ich nicht ja ich habe mich sehr緊張 wer ist dieser teilnehmer mit dem eis namen also zwar ist canon mäßig stärker als botel stärker als agenti auf screen habe ich diese eine mission gemacht aber irgendwie war nicht aber ich habe die ticken schon freigeschaltet ja diese mission da haben wir irgendwie sie ist ein boy sind und sie gehört diesen diesen mönchs clan an und sie wollte irgendwie einfach nur die botschaft so verbreiten so nicht alle bursen sind böse und jetzt einen kleinen roboter freund gab es einen kleinen roboter der neben ihr geflogen ist und er hat ein paar leute abgemetzelt und wir haben gedacht sie wert gewesen aber dann haben wir die dna die videoaufzeichnung von dem auto angeschaut hat sich herausgestellt der roboter ist ein bisschen flem flem und einige logische schlussfolge gemacht und ja dann haben wir ja ein bisschen gekämpft und ja so weltquest mäßig und war irgendwie so wollte ich uns jetzt also mal ersparen weiß nicht langweilig oder so war da fand kam irgendwie sowieso ein fehler vor alles klar butter ist dann einfach weg die müssen wir bekämpfen so je mehr aufeinander folgende aktion verbündelte ausführen desto mehr atmosphären punkt allen sie und mit schauen folge auf schauen wird um 50 prozent ja das heißt zweimal ich weiß schon genau wie man macht weder auf einander wollen die wir wollen einstatt und breit zum kampf den verursachen schade des ultimates und zwei prozent bei je zwölf stapelungen wetter als mit da aber sowas von klar so weißt du was dafür nehmen wir natürlich wieder sie dann nehmen wir schon wieder juni würde ich sagen wo noch mal juni eine pause aber ich muss ich muss einfach klarer mit nämlich mal nehmen war fischer und siebter märz wenn uns das spiel das empfiehlt ist sie da ist sie wenn ich muss einfach mit klarer ging zwar kämpfen wo ich keine schwäche da habe wo er keine schwäche dagegen hat vorher ja ich müsste eigentlich elektro jemand haben sollte wahrscheinlich maus mitnehmen als das spiel so gedacht und so wurde eine weitere aktion ausführen also da ist die dicken ist okay da sehen wir vorher wieder eine scheine ziel zum zehn prozent erhöht da robin wollten wir eigentlich empfohlen ja robin und das war mal robin hat ja keine folge angriffe aber sie kann dafür sorgen dass karakter direkt nach einer nach rankommen egal wird schon klappen das ist meine story kämpfen jetzt nicht so unglaublich schwierig das haben wir jetzt ein kleines frame von dem bein ja diese szene verstehe nicht peck schwarz hook die große also ja 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 Ich mache das ein Geheimnis. Die Behörden sind der FüG hier. Die Bitcoin-User der Welt dritt ist KZ-1. Wenn die beiden Dirk der Ring aufgerätten beiden Leute forschen, sehr ähnlich so... Sieht ihr ein bisschen mit einem Reino-User der KZ-1! Und noch ein bisschen mit einem anderen Bein-User der HüGler. ja war klar nein ich meine als ehrlich gesagt interessant weil die beiden haben auch gegeneinander gekämpft und luca da verloren da war so lucas persönliche quest da auch ging zwar auch gekämpft um sich zu beweisen aber voll eindeutig verloren also kommt jetzt irgendwie mehr oder weniger so ein rückkampf doch mehr den den ländlichen stelle konto kürzeste ja Ich glaube, ich bin nicht sicher, dass du das in meinen Leben zu gewinnen hast. Du hast auch noch die Velo-Burg-Können gewonnen, und den Velo-Burg-Können gewonnen. Ich glaube, es geht nicht umzugehen. Das ist ein grundlegaliger Ergebnis. Das ist ein Problem, dass du das Problem aus dem Verlangen hast. Aber ich glaube, dass du das Verlangen hast, dass du das Verlangen hast. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht notwendig bin. Deswegen bin ich in der Spiel. Wenn ich so, wenn ich sie gewinne, Verlöb-Lug ist mein Glück. Haha, ich bin ein bisschen schockiert, aber ich kann es verstehen. Dostkrohno-Fuck, sag ich ehrlich. Ich wusste, du kennst dich schon vor. Ich wusste, dass ich mir das. Ich kann es nicht, ich bin es. Wenn das Svarlog mit Ruka zu sprechen, dann würde ich mich so leid. Ich hatte es so leid. Let's do it. Und dann, wie geht es das, Svarlog? Ich werde die Beurau-Burg mit den Verlaborg? Ich habe keine選ungen mehr. Ich habe mich nicht gesehen. Wenn ich mich vorhanden, kann ich nicht zufrieden. Wenn ich mich vorhanden, könnte ich nicht dafür sein, dann würde ich es nicht. Das ist ein Verhältnis, Luca. Wenn ich mich vorhanden, kann ich das vielleicht ein König aufreinnehmen. Ja, das ist das, was ich noch nicht sichergestellt habe. Das heißt, ich kann es nicht geben. Was ist das, was ich? Das ist das, was ich. Ich bin ein ganzes Wettbewerb. Ich habe das, was ich, wenn 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 ich, deswegen kann es auch nicht fehlen eigentlich trotzdem eine jacke seine logik ist fehler auf mein gott du hast recht kopf exkludiert einfach okay auch anzugucken während du mit mir ist du kannst du schaute zu ihnen rüber er war einer der ersten boss das spiel so wir müssen sie hochballern da kommt jetzt schon damit zwar versteht sich ich bin du ich muss gleich mal erledigen wenn ich auch nerven geht weil die dinger greifen eine meiner charaktere und man die handlung zum weg ja 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 da war es ich da ja 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 warum hat sie nämlich der links war voll aufgeführt ich stelle mir den kampf jetzt irgendwie nicht so schwierig vor wenn ich ganz ehrlich bin ich habe jetzt mal dieses gehen machen kann es jetzt wagen du musst mich beschützen ich bin konflikte ich kann ... Ich werde es wieder tun! ... hätten wir vielleicht auch waren sollen egal wollte schon sagen bevor du was machen kannst na ja noch mal einsetzen ja beschützt mich lieber bei der was so verwirrt das kann ich mal da machen soll aber ich mache das ist ja schon wieder aufgeführt wird aber nicht gerne ich vergesse machte ich gesagt jetzt kommt der dreck wieder ganz das war ich weiß ich weiß nicht warum die ganz aktiviert aber ich hatte ja ich glaube sie reduziert irgendwie was bei den gegnern ich mache es noch mal das ist so wäre das mal zwei mal machen kann und da ist er weg ich weiß nicht wieso der kampf ein bisschen wie sie war ein bisschen wie sie kam kommen dazu was zu machen ich habe kein jubel schon gar nix naja da kann man ein bisschen zu einfach also vielleicht hat er sich doch ein bisschen zurück ich weiß gar nicht die ganze zeit hoch gehypt wird er hat gegen blade verloren er hat gegen leo verloren der hat gegen dann verloren ich war ja der hat jetzt hier gegen ruhe gewonnen was wird auch so ein bisschen angedeutet dass der schwächer als juli ist also weiter kommt jetzt wieder zeit wieder unsere kamera zu ignorieren dann eben war luka vielen dank für ein weiteres spannendes match der logistik bereits die teilnahme der titel verteidigung gesichert hat ist dies nun die letzte gelegenheit für ein interview mit der trainer darjero bitte nutzt die chance um fragen zu stellen sie sind mit trainer dann ihre reporter aus wen die frage stellen dürfen hoch kommt schießlos kennt mich also spare ich mir die vorstellung ich weiß auch dass lucas war vorher nicht bezwungen konnte also dann ihre was genau hat er gemacht wird langsam alt was nennt man trainentwicklung look aus dem lauf der zeit auf viele mächtige gegner getroffen was einen nicht umbringt macht nur einen stärker die zahlreichen kämpfer haben seinen körper und seinen geist gesteht der luca von jetzt ist anders als der luca von damals das nennt man entwicklung verstehe hook hat keine antwort kein wort von dem verstanden was du gesagt hast ich habe gehört dass luca in seinen nächsten match gegen john ching kämpfen muss das heißt es habe habe als schwertmeister sogar noch mehr talent als hook was wirst du tun dann die ruf hat luka zu seinem stärkeren roboter arm gewechselt oder trainiert er vorher klingen mit seinen bloßen händen zu fangen hast du die kampfstrategie ausgearbeitet ich habe keine neue strategie noch lager ich habe eine strategische möglichkeit schon in den kämpfen zuvor schöpft jetzt kann ich nur noch auf das schicksal hoffen klar das verstehe ich total die frage und es beendet trainer wie einen anderen reporter aus zweite person von links ist eigentlich nur die mitte schießlos trainer den euro ich bin gleich von sonderkorrespondenten von diesen john show website ich hätte nie gedacht dass du das mit luca wirklich bis in die letzte runde schaffst das haupt mich wirklich um so wenig vertrauen in uns tut mir leid ich hatte euch falsch eingeschätzt nach der neuesten kommentar im netz sind beide teilnehmer aus bellenburg und haben einen freundlich ein freundschaftliches verhältnis zu einer da könnte sein dass wir auch nicht mit voller kraft zuschlägt dass der trainer daneben dazu zu sagen also muss das mal abfragen zwar kann sich ohne wissen für dieses turnier angemeldet wir wussten nicht mal dass er unser nächster gegner sein wird das solltest du besser als zwei fragen aber ich nehme an er hat den er hat das zu nehmen ehrengehalten und sein bestgegeben trainer reviere antwortet zunehmend fortgewandter seit lucas recht erhielt den ringmeister herausfahren habe ich irgendwelche selbsternannten treten den john show hobby kämpfer im internet behauptet dass luca nicht aus john show ist und deshalb preis mäßig nicht im finalen verteidigungs und verteidigungskampf teilnehmen darf ich bin auch keine eine einem schön ich finde diese ansichten wirklich widerwärtig hat trainer denn hier etwas dazu sagen ja ich doch beim komitee beschweren das komitee hat die riem festgestellt festgelegt wenn ihr ein problem mit ihnen habt gibt es gibt es euch doch geht euch doch halt dort beschweren mein gott richtig trainer dann ihre antwort fortgewandter wie immer noch die frage und suspendet ich habe sie nicht einheitliches mand angenommen werden wir auch vielen dank für deine ausschlussreiche antwort damit ist die heutige pressegruppe von spender wir bitten die medienvertreter den bereich ruhig und geordnet zu verlassen was ist frieden jetzt geht es als eingemachte der zeitung lesen kiosk zeitung die ich nicht lesen werde wahrscheinlich wie er so eine kleine szene mit den einen kollegen wir sind anderen rothaarigen die geschichte von dem heute keine nachrichten ich will das bild wechseln sagt kandidat lukat nicht mehr viel zeit ist am sterben richtig so gut geschrieben ich bin ganz gerührt nun kann einen wunderschönen kampf abgeliefert sogar ich bin überrascht von seinen fortschritt unabhängig davon wie es am ende ausgeht hat luca den namen bellen bock in den ganzen sie bekannt gemacht da ist mein haus die hat die ganze zeit geräusch macht ne ich sie so aus hätten die menge leute eine menge leute ein auge auf lukas finale wir müssen sicherstellen dass er in top form ist als coach für sich für die sohn ein paar geheime taktiken auspacken ok ja es geht ne leute wie geht's dazwischen es gibt so viel archiv wenn man changing mit bestimmten karakteren besiegt wenn ihr mit blade dann hang das ist eine meme irgendwie dass er von jedem fertig gemacht wird trotzdem mit der voll stark dargestellt immer ein gewöck mit dem zeig nein 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 ich finde er aus der er ist nett wieso darf denn auch gewinnen wieso darf denn auch gegen den kämpfen war zuvor funktioniert mehr aber nicht ich sage einfach eine ringe kämpfen doch oder es ist ja das war nicht hier schweißt die wand an schweißt die muss ich manchmal tägliche missionen machen da gibt mir immer irgendwie fragwürdige tee ich trinken muss aber bin ich irgendwo in der gasse aufgewacht die hat ganz schön in sich trinkt kein tee den du nicht trinken solltest 15 minuten später jetzt stutz besoffen okay du stehe aus da bist du ja ich bin du ja ich bin du na klar noch irgendwie eine quest dazwischen kommt so Ich bin sehr gut gekommen. Was soll ich sagen? Ich bin nicht so gut. Ich werde gleich mit Raph weg. Ich werde mit dem ersten Mal ein paar Schleuch-Bakuk-Ko-I-Cher verabschieden. Ich werde mit dem Kuchen nicht mehr als Kuchen. Ich werde das jetzt noch ein paar Worte verabschieden. Ich habe eine sehr gute Zeit mit dem Kuchen. Deshalb hast du noch einen Kuchen in den Lassen. Die Probleme ist so wichtig. Ich konnte es dir genau vergessen. Ich habe zwei geteilt dieouri zum Kuchen. Ich denke, die ich den Kuchen. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, aber ich habe mich überrascht. Ich bin nicht schuldig. Es war wirklich schlecht. Ich werde mir nicht überrascht, was ich? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, dass ich viel zufrieden habe. Ich bin auch sehr dankbar. Das war's für mich. So, okay. Wenn ich mich nicht traurig, dann wäre es gut. Das war zwei. Aber ich würde sagen, dass ich mich gefährlich sagen würde. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe mich als ich in der Zeit, als ich mich in der Bucht-Hill kam, ohne mich zufrieden. Ich würde mich nicht überlegen. Ich würde mich nicht überlegen, Ich bin schon mal ein paar Jahre alt, aber ich weiß, dass ich das Problem nicht verletze. Der Gacki ist noch nicht so schön, aber ich habe die Macht nicht verletzt. Ich weiß, dass ich den Spiel, ob ich es noch nicht verletze, aber ich weiß, dass ich es nicht verletze. Ich weiß, dass ich nur die Stimme, der Kampany der Gäste für mich nicht verletze. ich habe mir schon wieder eine Fortuna voll hochheifen Aber ich bin auf dem Ring auf dem Ring gespürt. Ich glaube, dass es nicht nur die Begriffe ist, was ich. Hahahaha! Das ist gut, Ruka! Oh, was soll ich wieder meine Erachtung haben? Ich habe mich verletzt, dasselbe. Poppun, U-Bo! dass der nächste kacke herauskommt ich glaube ich irgendwie ein ninja sein oder so so ich da verstanden habe nur ein verkehr der nächsten charakterthesen soll es definitiv für sie polen zwinker zwinker botte trinkt den starken tee in einen zug unter mit luca und lässt die straße oben sich umzusehen ja was geht ja immer noch ein tritt raus jetzt bei monos genshin impact hier werden dann wird sie sobald sie john king sehen würde sagen was du bist du schon dazu bestimmt in die geschichte für mich einzugehen klima keine hintergrundgeschichte mehr von dem einen typen hervon die englischung ima ego die die Ich bin schon aus dem Gingad, was ich in der Zeit zu sehen. Aber heute, die ganze große Ruffen über die Laufsgeist ist, habe ich einen Teil in der Regel zu verstehen. Ich habe den Wundern, auch nicht nur zu erheben, aber nicht nur zu erheben. Ich bin nur für Sie, für Sie, für Sie. Wenn ich den Wunschluss aufrestehe, dann bin ich der größte Glück in der Ginge. Ich bin nur für Sie. Hmm, ich weiß nicht, aber... Ich bin froh, dass Sie sich in der Vergangenheit zu sehen. Okay, ich habe keine Zeit mehr. dass ich mich du ja dass ich glatt fängt fängen oder irgendwie sollten wir gehen einfach ein neuer takte freigeschaltet jetzt hier aus ja ich glaube da kommt nicht mehr viel so hier mal ist ja die bosse die muss ich noch mal bekämpfen aber das kommt schon noch über gleich mal im sieg stehen nämlich an den ganzen bosse die ich noch bekämpft habt der agent habe ich noch mal für so ich kriege nicht mehr als rang da müsste ich irgendwie alle deren phasen erledigen innerhalb von 45 zügen da ist ein bisschen schwierig da 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 jepard さ arzente bürtt h svaro gay naja betrachtet hat so fast nicht alles gegeben jetzt habe ich irgendwie einen stein eingesetzt und boote weiß nicht ich hasse es gegen den typen zu kämpfen so für gegner schwäche buch zu gott sei dank ich war ich weiß nämlich genau wie wir für ein team ich da reingehe mit dem team ist das viel einfacher ja genau das team wollte ich haben und zwar gleich mal wieder kampf normalerweise ablaufen würde aber jetzt können wir da reingehen und hat viel einfacher machen man weiß habe ich galaga aber 100 prozent mein gott ok ja ich glaube wir werden definitiv gewinner ist mein stärkstes team normalerweise habe ich galaga als heiler aber jetzt habe ich links habe ich glaube ich sogar noch besser so wird die aber dass das fure immer nicht steigert habe ich arbeite Ich bin der Ruff, der Gerwig-Hardinstverte. Ich bin der Ruff, der Genkjöl. Lukas, dieses Jahr habe ich immer noch interessiert. Ich habe mich nicht auf das Gefühl, dass ich den ganzen Tag nicht erwarten habe. Ich habe mich nicht erinnert, wie ich mich auf das Geiste. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht erinnere. Ich habe auch größte und schweizig. Es ist wichtig, dass ich mich selbst erinnere. Ich fühle mich, dass ich mich nicht verletzen kann. Das war sehr interessant. Ich habe gehört, dass die Welt der Welt der Welt. Und ich verstehe mich, dass ich mich für diese勝利. Ich verstehe, dass du noch ein wenigstens, dass du mit dem Verlö-Burg und dem Verlö-Burg bist. Aber ich habe auch, dass du mit dem Verlö-Burg bist. Es gibt auch die Dinge, die ich zu retten habe. Genkjö, ich kann nicht einfach sagen, dass ich es nicht möglich sein kann. Wenn ich mich begeistert habe, dann kann ich mich an den Weg erzählen. Ich habe schon so viele Menschen, wie du, wie du hast. Und deswegen, in diesem Moment, ich bin in diesem Ring. erledigen werden das heißt wir können wenn ich will dass er verliert aber erst mal leute stehen ich vor mir die ganze blauen ecke sind müssen eigentlich in der roten ecke sein das geht es aber schön ist die kanon Die Leute sind alle ein tolles Mannschaften. Du bist ein super-artiger Boxer. Ich bin ein super-artiger Künstler. Das ist nicht so, dass ich es nicht so, dass ich es nicht so, dass ich es nicht so. Gienkio, ich werde dich mit dir bewegen. Ich bin auch das zu tun, Luka. Ah, Kamera. sein ganzes ding ist nämlich der tut diese schwerter beschwören und die tun irgendwie waffen und je mehr davon sind desto mehr greifen halt an aber das gute ist wenn man die eimer bricht dann gehen sie kaputt das klingt jetzt als erstes nicht so wahnsinnig schwierig und er hat neun ich sie gerade hat neun ding ins jahr neun schilder so an der regel ist dann eigentlich nicht so schwierig naja problem ist halt wenn man niemanden hat der die brechen kann dann dann ist das blöd wenn die irgendwie schwächen haben wenn ich zum beispiel irgendwelche schwächen namen die man nicht kann man kann dann kann man die nicht brechen da muss man die normale legen und das gute ist glühböhmchen kann kombinieren wenn sie sich im zähm verwandelt hier die dings erledigen ist aber ich gerade gemerkt habe wenn sie wenn sie ist dann kann sie halt jede schwäche hier durchsprechen da wissen wir gerade aufgefallen ist hier seht ihr seht ihr das hier ich glaube das soll irgendwie das hier repräsentieren weg weil hier ist der blaue balken und hier ist der rote ding mal sehen ob das hoch geht jetzt ja ok da oben kann man sozusagen sehen wie weit das ding ist das cool gemacht so jetzt muss ich ich warte mal bis ich warte mal bis der trailblazer hier seine ultimate aktiviert hat bevor ich sie verwandelt weil da mehr nehme ich die ganzen sachen die erhöht den ganzen angriff und so die buchschaden sind so das schlimmste was wir jetzt machen können ist mir erhöhten buchschaden geben weil das wortwörtlich meine spezialisierung in diesem spiel das war manchmal ein stärkstes team da war der größte fehler aller zeiten wenn du gemacht hast ja er ist ein bisschen einfach jetzt habe ich sorgt für damit geben geben ist das super einfach da ist guck ich habe wie viel schaden wir machen werden da oder nicht so viel okay ja dieses diese rune mail trailblazer glühwölfchen team ist einfach zu krass jeder die geschwächt werden gegner die im bruchschaden haben ich bin gerade erledigt hat er über die hefte ap gehabt okay man habe ich ihn gerade so viel abgezogen natürlich und 99 schild okay ich muss einfach nur den applaus ich bin tot mein ding schon angewiesen wird jetzt nein aber ich kann die alle brechen weil ich so viele schwerte wie möglich sprechen einfach nur ja vielleicht warten sollen ja ich habe warten sollen los jetzt kommen sie alle auf einmal dran wenn die alle auf einen gegner auf einen meiner karakter losgehen dann müssen sie nicht nur auf einen gegner fokus auf einen karakter fokussieren und zum weg oh mein gott oh mein gott gott sei dank der applaus nein okay da sei es gespuckt hat das war man hat sein haben es kaputt links Okay. Ja, also all das und wir haben trotzdem immer noch verloren, das war zweitmal Luca am ende verliert das ging es war und jetzt hier als wie song aus dragonball in den ersten turnieren das dem dritten im dritten event oder wo auch immer der vorkommt muss ja eigentlich gewinnen da man schnälla kamfy Ja. Ich bin ein Mann, aber ich habe noch viele Beleidungen auf mich. Magin, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, dass ich mich mit dir gewonnen habe. Luka! 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 Das war's für heute. ok einige zeit später ein bisschen doof wenn ich ganz ehrlich bin wir hätten mich wesens den kampf zu ende machen können dann hat sie ihn auf einer peru reduziert haben sie dieses geskripte zeug machen müssen aber nicht so mitten im kampf irgendwie nicht so als hätte ich mir hat irgendwie erarbeitet oder so steht da was ich meine er mich wesens irgendwie den kampf hier zu ende machen lassen können dann noch mit ein prozent übrig geblieben wäre so gesagt so jetzt jetzt machen wir weiter jetzt machen wir gescriptet ist so kurz auf am thron der göttlichen vorsehung ja bello brugno ruka aえて嬉しいよ keigen将軍こちらこそはお会いできて嬉しい des でもなんでここに呼ばれたのかわからないのですが so they're a secure do kimi ga 素晴らしい試合を見せてくれたからだ so ste kimi ga 700年の時を経て sen shu lafにたどり着き 演武天霊に出場した2人目のやり色人になったからだよ so good you're hot to know goto知ってるんですか you know you're jitzu ni懐かしい nada kare no koto wa shite yeah koui ui kata de var s cosi go hey girl q kare no koto wac koto an Ich weiß nicht, was ich? Sie sind wirklich sehr, was ich. Herr Schönger, was ich mit dem E-Gol-Hafhten hatte? Ich weiß nicht, was ich mit dem E-Gol-Hafhten war. Ich weiß nicht, was ich mit dem E-Gol-Hafhten war. Aber ich weiß nicht, was er in der anderen Welt war. Ich weiß nicht, was ich mit dem E-Gol-Hafhten hatte. Ich weiß nicht, was ich mit dem E-Gol-Hafhten war. Ich war immer noch ein junger Mensch. Ich war noch nicht so, wie ein E-Gol-Hafhten. Und das E-Gol-Hafhten. Der E-Gol-Hafhten war mit dem E-Gol-Hafhten. Er hatte einen E-Gol-Hafhten. Er hatte einen E-Gol-Hafhten. Er hatte einen E-Gol-Hafhten. Er hatte ein wenigstens aus, als er es ausgeht. Der erste Spiel war immer noch alles, und die Dänen und die Dänen. Ich hatte, dass er die ganzen Menschen gemacht haben. Ich musste sagen, um das Gebärkunftsfaktor zu beten, und er hatte, als er die Technische Hilfahme mit einem vistest. In der anderen Menschen, der ein Teil der Region gegeben ist, Er hatte auch, was, um ins Spiel zu können. Das war's für heute. Okay, warte mal, war er derjenige, der vorhin die ganze Zeit mit ihm geredet hat? Nee, nee. Das ist ja alles passiert während des Krieges, der Aeons hier, die Aeons hier haben ja irgendwie auch diesen Krieg gehabt hier, die meisten davon sind dann irgendwie verschwunden. Das ist ja alles passiert. er klingt irgendwie so als wir da liegen so ein setup für so ein bösewicht irgendwie so ein bisschen das gefühl das ist so ein bisschen forscherung der typ lebt bestimmt noch weil es so typisches hauptbösewicht gerede ich konnte meinen planet nicht retten überall da draußen probleme sind und ich will was dagegen tun nämlich stärker werden als jeder andere und dann mache ich irgendwas böses dann im okkai der koto da dekena katan da da kareno des bautek nao schluss gatao mit eilidakete nagusame no kotova hitz kakirana kare war so schiste sattig dass es nicht so gut geht. Und dann wird das Zeit lang überraschend. Wenn es sich um mich, dass ich mich auch an die Zeit für die 300 Jahre alt war. Für Fiona Rian. Ich bin auch der Grund, Herr Schögun. Was heißt denn das für die星-Maschie? Was ist der Name der Jarihilo-Six? Ich bin auch der Jarihilo-Tente. Ich bin auch der Jarihilo-Expo-Tente. Ich bin auch der Jarihilo-Tente. karen und kohlen schade kohlen der kohlen der kohlen der kohlen der kohlen der kohlen Ich glaube, dass die Welt bereits nicht verletzt ist. Hm. Herr Schäu? Es geht gar nicht. Ich lege es dir. Obwohl es mir nicht verletzt war. Was ist das, was ich für mich? doch das ist ja erst mal abhängen gesehen haben und vorne Ich habe ihn mit ihm geholfen. Und jetzt, ich möchte ihn auf dem Weg geben. Seit 700 Jahren, ich konnte nicht helfen. Aber ich glaube, es ist noch nicht weit zu sagen. Ich habe ihn mit dem Sprecher geholfen. Ja. Ja. Er war später im museum für geschichte und kultur bellbock aber das war mal ein event glaube ich das erste event Oh cool die menschheit nennen wir sind außerirdische sieht man schon gar keine wir haben nicht mal vor wie außerirdische hier ins spiel reinzumachen die Das war's für die ganze Zeit. in diesem moment in der arena vom bäderbock klar jetzt körperlich wieder weiter wir verabschieden uns von karmel kam er aber die nie hier und im interview gebeten haben wirst du die festanstellung bekommen hinter den du her bist sie irgendwie direkt mit irgendjemand anderen austauschen können finde ich ja ich sehe schon als nächstes event das wird genau die gleiche story sein Das ist ein Titel. das war das nicht mal ich werde nicht mal selbst ich werde nicht mal selbst der kandidat sein galaktische hutwerfer und für lukas da kam das war ein wettkampf der geschichte eingeht ok ich will gar nicht da oben damit damals kapitel kapitel das event abgeschlossen nehme ich an da können wir uns jetzt anschauen da habe ich schreibe gerade jemand an schenken also alle zeit ich bin da prima ich habe funktioniert zwar etwas aber letztlich hat sie doch ein gutes ende genommen was sich zu allgemein das aktuelle hat nichts mit kampfkonsum zu tun ich werde also jetzt nicht näher auf sie eingehen dazu einige schwierigkeiten aber dann ist uns die expressversatzung zu ihr vorgekommen dass man dank mal angewiesen oder nachgerechter ich möchte ich war mir nächstes hat mich persönlich von ihr verabschieden klingt gut und sollen wir uns treffen ok wir sehen uns dort ok ist das alles dann nur wäre da nur verabschiedung ist dann kann man ja auch noch machen man ist das synchronisiert oder nicht weil das wird dafür ausschließlich lieblich ewig sein habe ich dann auch wenn man nicht verschauen genau hier sind wir ja angekommen dann heißt wir sind beim nächsten mal echt weg von ihr ich weiß gar nicht weil die story weitergeht geht schon nächstes mal weiter weiß doch gar nicht mehr und er ist nicht synchronisiert endlich bist du hier ich war schon seit ewig klein ich hab schon du wirst es nicht schaffen es ist nur recht dass das der held der als letzte an bord geht naja es ist ein fast ausrede für deine unpünktlichkeit kein grund zwei du bist genau zur rechten zeit kommen dann die satzung ist schon vier mal die bestätigte so erst an die satzung schon viel mal auf der love ein und ausgang also gibt es noch sicher kein anlass für formal verabschiedung oder wer hat gesagt du sollst du jetzt dich wegen etwas anderem verspätet das ist du es nicht die boten von janotia ANG oder janful zooming gehen nach hause hatte keine ahnung ist das heute ist sowas ich gehofft dass die besetzung hier sein würde es habe ich vorschade dass wir uns die verabschiedung des bezahlungs bis ganz zum schluss aufgeben gehen wir um kalian unsere gäste die sich nicht die sich mit de goodship tin auf den weg gemacht haben aus der ferne art jungen geht auch weg nein ich möchte mich auch verabschieden dass wir wussten dass du es so empfinde ist deshalb haben wir jetzt bereits würde ich entschieden das erwarte mehr als angst sie dachte du wirst die chance verpassen nicht zu verabschieden ich wusste du wirst es bereuen danke märzchen keine ursache wenn es kann und flammendes herz haben sich bereits am thron der göttlichen vorsorgung von general gegen john verabschiedet sie sollten nicht sie sollten mit leichtem gepäck und ohne wolken ritter als kratte abreißen und nicht zu viel aufmerksamkeit zu erregen ist hier das ich hielt es für unhöflich ich allein von ihnen zu verabschieden aber ich will mich viel gelassen mit den gästen von dem exzess da ihr alle einer meinung seit lasst uns hier eine weile zusammen warten da wir sind nach ausschicken dann haben wir sind ebenfalls beide verrückte schon vom kalender abgrund und sie sollten sich heute in der laufe ankommen aufmerkstern tolle gelegenheit da muss sie eintreffen wir sollen uns einmal darum kümmern das heißt wir müssen auf ein update warten abfahrtsplan müssen die gäste von der jan schon jeden moment hier einkommen ok ich warte hier muss darauf reichen die gäste von der jahr schon den hafen ja ich wollte schon sagen die beiden es ist doch ich an schicken da amtierende champion von der jan scho lofo und seine freunde austral express sind auch da tschüss general generalin fallschau tschüss generalin fallschau tschüss general schön dass ich nicht noch einmal von euch allen von meiner abbreite von der lauf verabschieden konnte genau ich habe euch alle ein authentisches lokales getränk von der jan scho lofo mitgemacht mungbohnen so oder ebenso viel aber diese durste schon wird auch ein euch unterwegs bestimmt so gut kommen die so daraus hat dieses authentische lofo getränkt schon vor ewigkeiten vorbereitet wie nett von der märze ach ja erst bin ich kann zwar erst an ein paar tagen aber wir sind schon freund fürs leben ich verabschiede mich genauso umgehen wie er aber ich habe einmal folgenden spruch gehört wenn wir getrennte wege gehen würden müssten wir nicht wissen wir nicht wie wertvoll unsere gemeinsame zeit war wenn es kein abschied gäbe wird niemals die freude eines wiedersehens erleben also märz nicht traurig sein sowohl unser abschied als auch unsere wiedersehen sind zwei seiten von der medaille ja wir sind ja drüben ich wusste nicht ob wir es dir sagen sollen oder nicht oder drüben tut mir leid habe ich immer noch nicht daran gewöhnen meine augen taugen zwar nicht viel aber dafür ist mein gehör umso feiner meine ohren verraten mir wo ihr steckt war es tut ja die beinern schießt immer noch etwas abseits aber ist ja schon gut dann schnell sagt etwas ist gerade etwas peinlich still schützt du dann aufenthalt auf der jan jollo vor ein extra nichts anderes gefragt wir haben unser ziel auf der low vor reicht auch wenn die sache noch mit hula etwas mit den rudern aus dem rudern geraten ist aber wenn es doch alles gut ausgegangen wenn ich eine sache bereue dann das nicht dass ich nicht in der lage war meine pflicht als anführerin zu erfüllen und meine leute zu beschützen ach general in kein gut das geschieht zu bedienen das jahr gegen bewohner ganz schlechte gesprächspartner sind glauben wir aber etwas schönes bevor wir aufbrechen du warst noch nicht von mir dass ich etwas antworten oder das fällt mir nicht sagen gehen wir der stand ist bis bald ja moment ich möchte den jungen john schicken noch etwas auf dem weg mit geben mir da wäre ein echtes mal das war ein echtes meisterstück wiederhole auf der im himmelssparte in rest gegeben was aber sollst du noch weiterhin an deiner kampftechnik feilen auf der jan joey joustchen gibt es dafür zahlreiche möglichkeiten lässt du als eine sollst du also eines tages die laufe verlassen wollen um etwas neues lernen dann besucht mich dort ich verstehe falls sich mir die gelegenheit bietet wäre es für mich von umschätzbaren wert von der unterrichtet zu werden generalin ok leute das war es wir müssen uns jetzt leider verabschieden noch mehr ein gruppenfoto ich habe einen wecker kranik dabei wir wollten sagen sehe ich aus wie ein mecker kranik wir wissen sich mein links damit ging die jahre ring gäste an bord des sterns hier von fließen den hafen event hier irgendwie alles hier so zusammen bank weiß man nicht hat event irgendwie später gespielt habe ich glaube da kann man ja auch später spielen da kommen jetzt eigentlich noch jungen lehre und sohn aber zwar müssen die ganze von der jungen jenen moment hier kommen ja das jungen lehne also aufreichende gäste von der jungen den hafen da ist schon ging und die astralex press besatzung danke dass sie alle so lange gewartet hat tschüss general johann tschüss general tschüss general ein jahr mal das jetzt nicht geschafft haben uns zu definieren aber ich will mehr für den jungen leuten juli du wolltest doch vor der abreise noch ein paar worte sagen oder da ich mir als meisterin bin sollte ich dir noch ein paar rad steht auf den weg geben meisterin juli am ende hast du auch nicht an der kampfkunsttheorie teilgenommen oder naja nein habe ich nicht tun märz wird zu dem zeitpunkt doch beide an der chemie kommission meint oder schon wieder stehen geblieben dass ich hätte nichts davon gewusst damit will ich sagen dass mehr als noch nicht ihr ziel erreicht hat denn sie hat ihr training noch nicht abgeschlossen also weh du vernachlässigt ein training werde ich auf der junjo zooming bin keine sorge ich werde helfen aber nicht dass sie sich wie üblich aus dem staub macht übrigens meister jungen die meisterin jungen die warst du nicht ursprünglich hinter der belohung hier die general julian ausgesetzt hat ist nicht traurig dass die kampfkunsttheorie verpasst hast nein keineswegs ich wie ich höre trug den sieg als regnmeister davon das schwert wird also in würdigen händen übrigens hat mein großvater schwerheit extra hier hergebracht wenn ich jetzt einfach gewinnen und wieder mitnehmen würde wäre das ein bisschen peinlich ich will schon nicht wieder die show stehen liegen in verlegenheit bringen wie großmöglich von der jungen dank dir konnte ich mein gesicht als schwert meister der lofo waren als antingen brachte die atemberaubende klinge mit um sich zu verabschieden war schon liebt dieses schwert bei alles und trotzdem war überlegt tatsächlich meisterin juli dann schwer zu geben meister jungen wirklich dieses schwert steht für deinen sieg in der kampfkunststeremonie jetzt habe ich ein schlechtes gewissen weil ich vorhin dein schwert genommen habe das war ein toller körper ich wusste dass ich mich nicht in der getäuscht habe was wohl witze und ich habe dieses schwert als ringmeister rechtmäßig gewonnen aber jetzt wirst du abreißen und du kannst es nicht mitnehmen deshalb habe ich jetzt mitgemacht damit du einst ein letztes mal anfassen und ich verabschieden kann es war ehrlich war dieses schwert wirklich war alles juni übersetzt heißt das so viel wie fingerwerk das schwert ist meins ich gebe es dir nicht ja ich war in diesem alter genauso wie dieser bengel beide beinahe ein chip werden können aber du musst es wieder in die annähe dojantik und warum scheußt du mir noch salz in die wunde was pass auf wenn du deine ausbildung gewendet hast bin das schwert zur jungen und konsumier ich werde es als entschuldigung ein gutes schwert späden aber durch habe ich aber du kennst die regel du musst mich stadt du musst mich mit stahl treffen und schwert und das schwert fair und ehrlich gewinnen verstanden also auch gemacht was in letzter zeit passiert es hat mir den wunsch geweckt einen fernen ort zu reisen mehr wird das leben zu erfahren hier und ich nehme deine eindelungen also gerne an weil als die gäste jungen auf welchen gruppe links am haften an jeder kommt die helden wie es aussieht habe ich jetzt gerade noch rechtzeitig geschafft du bist ebenfalls auf hier ich bin hier um mich von unseren jungen gästen zu verabschieden sowie du auch ich habe so viele jahre auf der jungen in der opo des aden regiers studiert dass die jungen praktisch mein zweites hause ist jetzt haben wir nur linker zu verleiten die von weit her angereichste gäste die wollten wir die in der operation teilgenommen haben und märz die rechtzeitig in die archiviekommission behandelt wurde linker werden wir aufgeschmissen lesen nicht doch all die alles gehört einfach zur arbeit der archiviekommission jetzt wo die jünger der sanctus medicus und der wieder halber prezeptoren aus dem weg räumt sind liegt er wieder auf bei der archiviekommission in deinen händen linker wir müssen uns jetzt verabschieden gute reise general und jungen die bitte grüßt adens regier von mir als was ich auf der jungen jungen gelernt habe werde ich für das wohl der jungen lov einsetzen nun weil es wird zeit dass ich mich auf dem weg mache warte machen wir einen gruppen foto und ich habe hier bohnen so da für euch alle zu mitnehmen einfach nur hier so h kapitel ist abgeschlossen verabschiedet man zwar ein speichern speichern habe ich gesagt damit ging die jungen gäste an bord des sterns gift in schack jetzt die kommission zurück ok das ist ja so kleines epilog einstellen es gibt erscheint lautlos und die vertraute geschaffen der höchsten war sagen fuß aussteigt aus ja alle kommen sie erinnern ich habe schon so viele dinge in meinem leben vorausgehen aber ich hätte nie gedacht dass so viele menschen mich nach meiner rückkehr zur john joe erwarten würden erscheint so als scheint bestimmt also die john joe lofo kommt ohne mich einfach nicht zurecht wir waren schon lange auf deine rücke danke euch allen für diesen tollen empfangen ich bin zurück lass mich das bitte erklären jungen erklärt wie die gäste aus der jungen verabschiedet wurden und dass sie gar nicht wussten dass fuß schon zurückkehren würde ich verstehe jetzt was passiert ist es geht nur um einen großen zufall aber immerhin seid ihr alle hier tut mir doch diesen gefallen jetzt tut mir noch diesen eingefallen jetzt da ist es war keine war schon mehr aber könnt ihr wie ihr so tun als ob ihr alle wert hier wert um mich zu begrüßen aber sicher doch also schon weißt du was vergesst ist die ganze zeit läuft die alle verlob herum und habe nicht einmal gemerkt dass ich nicht da bin ich habe sofort gemacht warte mal ich stand doch letztens da habe ich habe mit ihr geredet wer ja einmal wenn ich habe letztes bitter geredet ist gar nicht weg wirst du ja wenn ich werde nichts hier von jemals passiert ich bin ganz genau wenn ich in der nähe bin läuft alles wie beim stürchen also ja doch kauf gar ja gefangen genommen damals bestimmt ist eure hoheit erschöpft oder ich habe hier etwas mungbohnen sondern nimmt eine tasse als wohl willkommenes geschenkt mit danke wie nett von ihr beide getränken bin ich allerdings ziemlich wählerisch fast die man auf der alofo trinkt heutzutage noch mungbohnen sondern ich glaube ich habe eine tasse sterntau bubble tea ein und da wirst du davon verstehen du hättest uns bescheid sagen können dass du zurückkommst ich wollte kein aufsehen erregen es ging ja nur meine dienstreise keine sorge deshalb ist ein bekommenspartie zu veranstalten deshalb eine bekommenswarte zu anstalten deswegen ist das alles passiert na ja na langs für fußschwein sind hier habe ich allerdings schon im forst kontaktiert mir gesagt dass sie ich mich im hafen der sterns treffen soll nun aber offensichtlich hat sie das nicht gekümmert dann sollte ich wohl zurück zur vater kommission gehen und herausfinden welche ausrede sie diesmal parat hat schimpft laufe alles nicht erstellen johnson wollte er sich von der besatzung verabschieden dann kann dann kann er auch gleich deine begrüßungskomitee sein wir müssen aber erst ein gruppenfoto machen er kann nicht schlicht dg märz los geht's der golf foto foto mit fußschwein der gott mich dabei foto sehr cool jetzt kommt noch mehr pass auf wie sagt man macht immer wieder ein abschicht auf der lofo auch wenn die gäste des throns ja wirklich vorsehungs sind ist es nicht nötig uns offiziell zu verabschieden wir sagen zwar vorerst tschüss aber wenn ihr die janjo allianz in zukunft noch weitere anliegen hat dann melden sich hier zeigt bei uns da meldet euch jederzeit bei unserem schaffner schließlich ist der astral express jetzt mit euch verbindet okay so ist es hier kommt zwar von einem anderen ende des sterns aber wir sollten aber solltet ihr wieder zur janjo lofe zurückkommen werden wir uns bestimmt wiedersehen ich freue mich darauf euch wieder zu sehen und bin mir sicher dass ich von euch allen noch etwas viel lernen kann und möchte dann würde ich gerne mit am bord der express gehen um mich mein ganz eigenes abenteuer zu stürzen und euch und auch etwas dazu zu lernen was sagt ihr alle dazu bis herzlich willkommen keine frage da fällt mir ein heute da fällt mir ein hat ein himmiker und herr young nicht gesagt dass sie heute wird auch mitkommen wollen wir sollten sie finden um die sache zu besprechen ich muss mich erst noch holen und meine wunden ein ich kann ich jetzt gleich aufrechnen es wird doch etwas warten müssen da kommt er echt mit wir sollten euch aber nicht warten lassen machen wir uns auf dem weg in der tat heute ist schluss für abschied feiern ich möchte mich im namen der besetzung bei der janjo lofe für gastfreundschaft bedanken wird reisefreunde im gleichen augenblick auf der anderen seite des hafens kann es sein dass auf der janjo lofe immer noch hochbetrieb herrscht obwohl die kampfkunst herum die schon vorbei ist stecken märzen und die anderen dann hängen meinten sie würden im hafen waren bestimmt sind sie irgendwo in der nähe Glückwunsch an eure hohe zu herausforderungen leistungen und dem mutigen einsatz auf der janjo lasst uns diesen siegreich rückkehr von meistern fuß an feiern unsere stütze in der wasser kommission der janjo lofe und der anwältin auf den posten der generalen des göttlichen vorsehung hallo wache nicht auf wir sind nicht meisterin fuß an was herr young und ist das etwa auch hier miko ja ich bin auch hier aber wo steckt denn die höchste war so gern weiß ich das wissen warum suchst du sie überhaupt du meinst ja nicht etwa dass ich verpasst habe mein gott heißt mit euch allen los ok cool und war netter kleiner epilow kann man irgendwas anderes jetzt aber wir haben immer noch na das da rede wir müssen immer noch juli's quest irgendwann mal machen möchte ich auch mal gerne machen und so sehe mich nämlich aber ich mag juli so ja ich glaube jetzt wäre fertig naja ich kann auch meine belohnung hier abholen die ganzen belohnungen abholen über ihr bekommen haben von dem event da muss ich irgendwann heute noch die bosse vielleicht plätten soweit wie möglich und dann haben wir erst mal wieder ein paar tage also ich habe ja ein paar tage zeit mich wieder hier vorzubereiten ist ja ein bisschen zu stellen ich weiß nicht ob die story irgendwann weitergeht direkt jetzt hier direkt danach weitergeht ich weiß es nicht im nächsten update ein paar tagen kommt ja wieder hat nächstes update moment ist das wahrscheinlich jeder konkreist da will dauert halt nicht so lange immer so gefühl so die letzten dinge wo man sagt hier ist das handy hintergrundbild cool nochmal jetzt alles hier eine kapitel 5 abgeschlossen und das sind hier das sind die der bosse die muss dann normal bekämpfen also hier naja die muss ich dann alle noch mal bekämpfen soweit wie möglich mal als hier ein paar belohnungen ein zu sacken und dann bin ich eigentlich völlig gut man lustige zu wenden ja wenn ich ja nur gespielt weil es irgendwie so ein bisschen weil nicht so ein bisschen so im zusammenhang war mit dem mit der story hier erwarten mal was für ein rätsel ist das hier aber letztes muss da hier nur so ein würfel machen aber ziemlich easy ich brauche mir irgendwie so weit nicht jeden tag ist irgendwie so ein andere die belohnung da muss ich mit jemandem reden da mache ich nicht da ob jetzt lange so immer wollte ich noch machen ich weiß noch nicht was ich glaube nicht ich glaube die nächste auf die nächste gotcha wurde noch nicht angekündigt aber hier steht schon wieder bald aussieht irgendwie ist auch nichts hier namenlose ehrenversion 2.6 hier hier ist der charakter ja bald kommt so ein pinker gis mädchen und hier sieht man auch neue härter verträge das wieder was anderes so drei sachen bei härteres laden warte mal sieht man hier härter irgendwo sieht man hier dieses bild von härter schade aber ja hier kann man die ganzen event waffen irgendwann in härteres laden kaufen so da hier ist sie beteil zur trailblaze fortsetzung bananen drama kämpfe unternehmensatz und menschlichkeit sie ist der nächste charakter in der gotcha da wieder zwei bäser fortsetzen also genauso wie wir letztens gemacht haben mit hule trailblaze fortsetzung verwechselt die meister trailblaze es gibt trailblaze fortsetzungen und trailblaze missionen das hier ist glaube ich die story trailblaze trailblaze missionen hat sind die hauptstorys ne das hier war ob pinaconi kann man sich ja hier auch mal angucken pinaconi das war sie man gar nicht verdammt ist ne da hat sind die trailblaze missionen trailblaze fortsetzungen sind die sachen hier mal als in diese ja die orangen sind immer da kann man ja hier ist hat hat sind sozusagen fortsetzung auf dem planeten blauen sind events dann glaube ich naja oder nehmen mission das union wünsche man kann die bilder so ein bisschen dran so wenn man so ein bisschen besser was sie ist das ding und dass sie jetzt ist erwähnt wurde ich kann es kaum erwarten bis sie ja vorgestellt wird ich habe gesehen wie sie aussieht hier sind sogar noch schöner aus als vorher soll da mal topas getroffen ist echt den bellenbock nicht so viel passiert so das war hier hat das spiel weltraumstation er da müsste auch mal wieder sein rune mails auftreten das erst mal ein einziges passiert ist ja hier müsste mal wieder was neues passiert sein der jan joe lov oder ist ja schon ein event das heißt die anderen trailblaze continuation zu müssen dann irgendwann mal hoffentlich im bellenbock oder ein hertha spacestation sein oder ein pinaconi weil da ist nämlich noch nichts los oder wir machen nächstes mal aber wenn man ja sehen weil als nächstes kommt ne so ich werde jetzt erstmal chillen und weil ich mir üblich machen ja meine energieverbauung charaktere zu trainieren auch wenn ich nicht mehr charaktere ab zum hoch trainieren ja ich würde eigentlich nur meine waffen immer hochleveln und so ich habe ja eigentlich voll viel charakter hier ja schon ein bisschen wahnsinnig ich tue meine erfahrungspunkte noch nicht mal hier reinballern wirklich irgendwelche ich habe ein zwei drei fünf sechs sieben acht neun zehn charaktere einige könnte ich sogar auf level dings bringen weil ich schon erfahrungspunkte habe aber ich verbrauche die halt nicht falls ich mal wenn man charakter bekommen die ich wirklich brauche aber was soll es nicht gut da bleibt das spiel noch einmal stehen vor verbänden so das reicht dann freute ne gut ich werde uns sagen wir werden uns dann wieder sehen wenn es hier weitergeht mit der trailblaze mission und damit der story mit der story wird es ja wahrscheinlich nicht weitergehen wir diese hat handy hintergrund dingen dann sag ich dankeschön für zuschauen wir sehen uns dann nächstes mal weiter wieder wenn es hier irgendwie weitergeht auf irgendeine weise was wohl schon wahrscheinlich nicht so lange sein wird und ja dann sage ich danke für zuschauen ich hoffe ich hätte diese folge gefallen wenn er hatte lasst ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich voll freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge